Aber hallo meine lieben Partyfreunde, hier ist eure Isi Glück und ich nehme euch heute mal den ganzen Tag mit im Touralltag. Heute steht noch ein richtig fettes Festival an. Aber bevor es losgeht, mache ich mich erstmal ein bisschen fit. Leider gibt es hier keinen Fitnessraum im Hotel, deswegen werde ich mir wieder was überlegen. Aber ansonsten gibt es hier alles, was das Herz begehrt, nämlich auch eine Minibar. In der nix drin ist. Auch wenn es keinen Fitnessraum gibt, kann man sich immer was überlegen, wie man sich auch auf dem Zimmer fit halten kann. Denn denkt dran, wer rastet, der rostet. Meine absolute Hassübung sind Liegestütze. Es ist jetzt 15.51 Uhr, um 17.00 Uhr wollen wir hier losfahren. Da habe ich doch erst noch ganz kurz Zeit, mich wenigstens ein bisschen auszuruhen. Ich muss mich ein bisschen schminken. Was ziehen wir denn heute an? Rot oder blau? Das hier sind die beiden. Blaues Outfit oder Flammen mit Netz. Ich nehme das Blaue. Wir sehen uns gleich wieder. Okay. Wenn es eins gibt, was ich hasse, dann sind es Haare. Die sehen doch jetzt nicht gleich aus. Noch mal von vorne vor Glück. Alles noch mal von vorne. Oh Mann. Was ist das denn da? Warum ist die Minibar in solchen Momenten immer leer? Mit einem Bierchen wäre es jetzt leichter. Oh, noch die dicken Klunker hier rein. Jetzt kann Gangster Glück loslegen. Gang macht schlank. Dann nehmen wir natürlich die Treppe. Bin ich jetzt zu weit gelaufen? Zimmer zwei. Auf geht's, auf geht's. Bis am Film oder was? Was ist das für ein komisches Scheißding? Wie lange fahren wir überhaupt jetzt? 20 Minuten. Das ist ja voll der Luxus heute. Das Hotel ist nice. Fitnessraum wäre ganz nett gewesen. Und den Koffer kann man dafür immer ganz gut als Gewicht benutzen. Freue ich mich immer, wenn so ein Ding geflogen kommt auf die Bühne. Guck mal, hier hängt auch eins. Wir sind Backstage angekommen. Hier können wir nochmal schnell was trinken und kurz vorbereiten. Wir machen jetzt was? Wir machen ein gelobenes Interview. Ein gelobenes? Wie hat dir dieses Interview gefallen? Ich fand's echt scheiße. Danke dir. Tschüss. Es ist 17.55 Uhr und in 10 Minuten geht's auf die Bühne. Und ich nehme euch mit. So weit wie ich euch mitnehmen kann, nehme ich euch mit. Jetzt kommt die Aufregung. Oh mein Gott. 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 Und der Sieg in meiner Bauchtasche und mein Pferd, wenn ich nicht aufpasse. Das Kind der Queen aus meiner Bauchtasche, seine Soforte. Er ist ein Schluck-Spräch. Er ist ein Schluck-Spräch. Er ist die Schluck, 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 schluck. Up Up, Up Up! Ist das geil, man! Wir machen das nochmal! Alle runter, alle runter, alle runter! Unter und unter, runter. Schneider, schneller, schneller. Runter, 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 runter. Oma, Aus. Alle, Achtung, alle. Eins, Drei, eins, zwei! Sech! Das passiert. Passiert. Was ist hier drüben? Mein Leben ist ein Klo. Hallo, Simon. Mein Leben ist ein Klo. Mein Leben ist ein Klo. Dankeschön. Endlesso. Es gibt nichts geileres, als von einer geilen Bühne zu kommen. Mit so einem guten Gefühl. Es war hammergeil. Hammergeil. So meine lieben Partyfreunde. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ihr öfter mal Einblicke haben wollt, dann lasst doch mal ein paar Kommentare da. Ich verabschiede mich jetzt von euch und sage, auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.